Hallo miteinander, heute möchte ich gerne euch die Geschichte erzählen, wie ich mit neun Jahren rekrutiert worden bin, um einen Vertrag zu unterschreiben für die nächsten Milliarden Jahre, um dieses Leben, also den Rest von diesem Leben und jedes zukünftiges Leben, in dem ich neu geboren werde, für Scientology zu arbeiten. Dass ich all meine Sachen, die ich habe, abgebe, dass ich meine ganzen Freiheiten, die ich habe, abgebe, meine Freizeiten und so weiter, um nur für Scientology zu arbeiten. Ähnlich wie ein Mönch oder eine Nonne in dem Stile. Und für die, die das nicht wissen, ich wurde in Scientology geboren. Was heißt das? Beide meiner Eltern waren Scientologen, als ich zur Welt kam und ich war das dritte Kind von drei. Also beide meine Geschwister waren auch schon geboren und waren in Scientology involviert. Und das hieß, ich bin mit Scientology aufgewachsen. Also beide meine Eltern haben für Scientology gearbeitet und zwar hier in der Schweiz, im Norden, in Basel. Da gab es eine, also beziehungsweise sie gibt es jetzt immer noch, sie ist einfach an einem anderen Ort, eine Scientology-Organisation, eine Scientology-Kirche in Anführungszeichen. Und ich bin dort aufgewachsen. Also über dieser Organisation gab es auch Wohnungen und ich bin dort aufgewachsen. Auf jeden Fall, ich bin mein ganzes Leben mit Scientology involviert gewesen. Und seit ich anfangen konnte zu lesen, habe ich natürlich auch Kurse gemacht und so weiter. Dasselbe mit meinen Geschwistern. Und diese Organisation ist eine, man nennt das eine Class 5, also Klasse 5 Organisation. Das bedeutet, sie können bis zu einem gewissen Grade Scientology liefern. Aber nicht mehr als das, weil in Scientology, da zahlt man Geld für sogenanntes Auditing. Also das ist, wenn man an einem E-Meter ist, das ist sowas wie ein Lügendetektor. Und man muss im Prinzip durch verschiedene Prozesse durchgehen, vergangene Ereignisse im Leben, die irgendwie unangenehm waren für einen und über diese vergangenen Ereignisse rübergehen, immer wieder, immer wieder, bis man sich dann besser fühlt. Also um es ganz einfach auszudrücken. Und eine Klasse 5 Organisation kann nur zu einem gewissen Grade. Und danach haben wir die nächsten Organisationen, das sind Sea Organization. Sea Organization oder die See Organisation. Und das sind dann Mitglieder, die, wie ich schon vorher beschrieben habe, wie Mönche oder Nonnen leben. Also man lebt, also ähnlich ja eben, wie bei einem Kloster. Also wo alle Männlichen in einem Ort leben, alle Weiblichen in einem anderen Ort. Man arbeitet sieben Tage die Woche. Jeden Tag arbeitet man 14, 16 Stunden. Man hat einen, also während ich dort war und für sein Teutsche gearbeitet hatte, hatte ich einen durchschnittlichen Lohn von etwa 20 englischem Pfund. Obwohl eigentlich hätte man, also was man als vollen Lohn angesehen hätte, wäre 50 Pfund die Woche. Also das ist schon sehr lächerlich, die Menge. Aber ich hatte durchschnittlich vielleicht 20 Pfund die Woche gesehen. Es gab auch Wochen, wo ich gar keinen Lohn verdient hatte oder vielleicht irgendwie 4 oder 5 Pfund oder irgend so etwas Lächerliches. Und das könnt ihr euch selber mal ausrechnen, wie viel das pro Stunde gewesen wäre, wenn ich ungefähr 105 Stunden die Woche gearbeitet hatte. Auf jeden Fall, diese SEO-Organisation, sie sind ja auch verantwortlich, also sie stehen ja darüber von den Klasse-5-Organisationen. Das heißt, immer wieder mal müssen sie schauen, dass alles mit richtigen Dingen vor sich geht und so. Und sie haben eine sogenannte Mission geschickt. Das war eine Drei-Mann-Mission, beziehungsweise es waren drei Männer, eine Frau. Und ihre Mission war da, um neue Leute zu rekrutieren für die SEO-Organisation, also SEOG. Weil die Mitarbeiter in dieser Klasse-5-Organisation, die haben einen Vertrag. Es gibt zwei Versionen des Vertrages. Ich glaube, der eine Vertrag war für zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre und der andere Vertrag war für vier Jahre, irgendwie so etwas. Und das kann man dann immer wieder erweitern, selbstverständlich. Und wenn man für Scientology so arbeitet, dann arbeitet man halt für eine gewisse Menge an Stunden pro Woche. Aber außerhalb von dem hat man sein eigenes Leben. Also nicht so wie in der SEOG, ist man so wie im Kloster, wo dann alle kommunal leben, also mehrere Menschen in einem Zimmer und so weiter. Sondern als Staff-Member, als einfach Mitarbeiter für die Scientology-Klasse-5-Organisation. Da hat man sein eigenes Wohnen, man hat sein eigenes Leben im Prinzip. Und oftmals muss man auch nebenbei andere Sachen noch machen, um Geld zu verdienen, also noch arbeiten. Also meine Eltern haben beide noch Jobs gehabt außerhalb von Scientology, weil sie da nicht genug Geld verdient hatten. Aber sie hatten so ein normales Leben im Prinzip. Also sie waren nicht so wie limitiert, wo sie hingehen durften und so, wie das halt ist in der SEOG. Man darf in der SEOG nicht einfach irgendwo hingehen. Man kann nicht einfach sagen, oh ja, ich brauche eine neue Zahnbürste. Und dann geht man einfach am Nachmittag mal einkaufen oder so. Das geht gar nicht. Das ist überhaupt nicht erlaubt. Es gibt genaue Zeiten, und zwar einmal die Woche. Dazu mal, als ich in der SEOG war, das war von 2005 bis 2012, war immer am Samstagmorgen, hatte man ein paar Stunden Zeit, in denen man so Sachen kaufen konnte. Man konnte dann in die Stadt gehen und mit dem geringen Lohn, den man erhalten hatte, konnte man so Sachen kaufen. Auf jeden Fall. Da kam jetzt eine Mission von der SEOG-Organisation, wie gesagt, drei Personen. Und ihre Mission war, neue Leute zu rekrutieren für die SEOG. Und sie sahen dann mich und meine zwei Geschwister, so drei Kinder, die da rumrennen, die Kurse machen und so weiter und so fort. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist eine gute Idee, wir tun die mal jetzt rekrutieren. Und sie haben uns in einem kleinen Zimmer gebracht, also einzeln, eine nach dem anderen. Meine Schwester ging zuerst hinein, sie ist auch älter als ich, sie ist vier Jahre älter, dann mein Bruder, er ist drei Jahre älter als ich. Und das war ein recht kleines Zimmer. Es war gerade groß genug um einen Schreibtisch. Es hat einen Schreibtisch gehabt. Dann links war gerade ein bisschen Gang, also genügend, um einfach vorbeizulaufen, oder? Und dann zwei Stühle, eine auf einer Seite, auf der anderen Seite und das war's. Also ich glaube, vielleicht war da noch irgendwo ein Pflanzer oder sowas. Aber es gab auch kein Fenster, weil das war in der Mitte von dem Gebäude. Also es war nicht irgendwie an der Seite von dem Gebäude, wo ein Fenster sein könnte. Und auf jeden Fall, meine Schwester war da drin für vielleicht 15 Minuten, 20 Minuten, irgendwie sowas. Dann kam sie raus und hatte diesen Sea-Org-Vertrag unterschrieben. Dann ging mein Bruder hinein, hat ihn unterschrieben und dann kam ich hinein. Und was ich mir so vage noch erinnern kann, ist, dass sie mir gesagt hatten, ja, ich habe ja so viele Kurse gemacht schon in Scientology, ist das nicht eine gute Sache. Ich habe doch so viele Gewinne und so weiter. Und möchtest du ja nicht auch, dass so viele andere Leute diese Gewinne haben? Ich möchte einfach euch kurz daran erinnern. Ich war neun Jahre alt. Ja, mein Bruder, der war zwölf, meine Schwester 13 Jahre alt. Ich war neun Jahre alt. Und hat einfach so in mir hineingeredet. Und was für mich sozusagen, es so wie als definitives Ja gemacht worden ist, dass ich es unterschreibe, ist, dass ich gesagt habe, ja, ich muss ja nicht mehr zur Schule gehen. Weil natürlich, ich bin ja ein unsterbliches Wesen, der Tausende von Leben schon gehabt hat. Entsprechend habe ich schon das ganze Wissen der Menschheit eigentlich schon über diese vielen Lebenden schon erhalten. Und dieses Wissen von Scientology, dieses Wissen, das man in der Siog hat, das gibt es ja jetzt, ist ja relativ neu. Das heißt, dieses Wissen habe ich nicht schon vorher gehabt in ein anderes Leben. Und es ist ja die Mission von Scientology, von der Siog, ja, die Welt zu klären. Oder die ganze Welt zu retten, alle zu retten mit Scientology und so weiter. Und es gibt ja kein höheres Ziel als das. Und entsprechend ist Schule, zur Universität zu gehen, zu studieren, das ist sehr unwichtig. Weil das ganze Wissen, was du wirklich brauchst, um überhaupt im Leben erfolgreich zu sein, damit es dir gut geht, damit du anderen Leuten helfen kannst, das ist natürlich Scientology. Also ist es ja die logischste Art und Weise, wäre ja natürlich, in der Siog zu sein, da zu arbeiten. Aber sie haben ja, als neun Jahre altes Kind, hat mich das Ganze drumheran nicht interessiert. Was mich wirklich interessiert hat, ah, keine Schule, wunderbar, wo unterschreibe ich? Und dann hatte ich diesen Vertrag unterschrieben. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Vertrag an. Ich habe leider keine deutsche Übersetzung dieses Vertrags gefunden. Ich habe nur die, also amerikanische, die englische Übersetzung davon gefunden. Ich habe mir erlaubt, einfach die, das zu übersetzen. Und ich zeige jetzt euch den Vertrag auf Englisch, dass ihr den seht. Und ich werde euch dann einfach die deutsche Version, die ich jetzt geschrieben habe, noch vorlesen, damit ihr weiß, was ich als neun Jahre altes Kind da gelesen, beziehungsweise was mir vorgelesen worden ist und was ich dann da unterschrieben hatte. Also wie ihr seht, hier habt ihr die englische Version. Und das ist einfach meine übersetzte Version. Ich, Samuel, hiermit stimme ich der religiösen Verpflichtungen der Mitgliedschaft in der Sea-Organisation zu und setze mich dafür ein, das von der Sea-Org-Mitgliedern gemeinsame Ziel zu erreichen, nämlich die spirituelle Freiheit aller Wesen durch die Anwendung der Technologie von LRH, also das wäre L. Ron Hubbard, das ist der Gründer von Scientology, der Technologie von LRH herbeizuführen. Da ich beim klaren Verstanden bin, und das als neun Jahre altes Kind, nur noch mal wiederholen, bin ich mir dies von der Sea-Org-Mitgliedern geteiltes Ziel, das darin besteht, Ethik auf diesem Planeten und im Universum durchzusetzen, voll und ganz bewusst, und bin damit einverstanden, mich daran zu halten, und mich vollständig und vorbehaltslos der Disziplin, den Sitten und Bedingungen der Sea-Organisation zu unterwerfen und mich dazu verpflichten, mich an sie zu halten. Deshalb verpflichte ich mich für die nächsten Milliarden Jahre zur Märesorganisation, gemäß FO 232. FO, das steht für Flag Order. In Scientology gibt es verschiedene Richtlinien, sogenannte Policies, und die sind für verschiedene Sachen, also eine sind so für technische Sachen, eine sind mehr für so bürokratisches Zeugs, und die sind dann anders geschrieben, also das eine wird in grüner Tinte auf weißem Blatt geschrieben, das andere wird in roter Tinte auf weißem Blatt geschrieben, und dann gibt es zum Beispiel EFOS, Flag Orders, das ist schwarz auf weiß, und EFOS dürfen eigentlich nur von Leuten gesehen werden, die Sea-Org-Members sind, also normale Centrologen dürfen so Sachen, wo der Hubbard geschrieben hat, also EFOS dürfen nicht sehen, weil das sind nur für Leute, die in der Sea-Org sind, also das heißt, dass entweder ist der Vertrag halt gemäß eines EFOS halt so übernommen worden ist, ist nicht wahr. Also ich lese schnell das nochmal durch, also den letzten Teil. Deshalb verpflichte ich mich für die nächsten Milliarden Jahre zur Märesorganisation gemäß EFOS 232. Und dann unterschreibt, tut man unterschreiben mit dem Datum, dann hat man noch zwei Zeugen, und dann steht noch unten, Lassen Sie den Rekrutierer des Sea-Org die Vereidigungszeremonie des Sea-Org durchführen. Nun kann ich mich nicht daran erinnern unbedingt, ob wir das jetzt gemacht haben, ob ich da irgendwie Hand aufs Herz und dann die andere Hand erhebt habe, und dann irgendwas vorgesagt habe, das weiß ich jetzt nicht mehr ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, ich hatte das unterschrieben, und danach wurden meine Eltern informiert, weil sie wurden nicht vorher davon darüber informiert, und dann gingen wir auch in die Sea-Org. Also zuerst ging meine Schwester, ein Jahr später, als sie 14 Jahre alt war, wurde sie nach Dänemark in Kopenhagen geschickt, um dort in die Sea-Org zu gehen. Ein Jahr danach, als dann mein Bruder 14 Jahre alt war, wurde er nach Dänemark in Kopenhagen geschickt, und dann, als ich 13 Jahre alt war, ging ich mit meinen Eltern nach England, nach St. Hill in East Grinstead, um dort in die Sea-Org beizutreten. Zuerst gingen meine, also meine Eltern haben das den sogenannten EPF gemacht, Estates Project Force. Das ist so wie eine Rekrutierung, die man macht, bevor man in die eigentliche Sea-Org geht. Und in dieser Rekrutierung macht man unter anderem vier Kurse, in denen man verschiedene Sachen über die Sea-Org lernt, die Disziplinen, die Regeln, die Uniformen und so weiter. Und unter anderem muss man auch sehr viel körperliche Arbeit machen, also wählen, dass man auch diese Kurse macht. Und wenn man das dann abgeschlossen hat, dann ist man ein, offiziell wird man dann als Sea-Org-Member angesehen, und man ist dann auch Sea-Org-Member und so weiter. Ich war aber zu jung, und deswegen wurde ich in die Kadet-Org geschickt. Also Kadet-Org ist eine Organisation innerhalb von der Sea-Org für Kinder, die halt zu jung sind. Und jetzt hätte ich theoretisch mit 14 auch in die Sea-Org gehen können, und das hatte ich auch versucht. Ich hatte diesen EPF, also diese Rekrutierung, versucht zu machen. Also diese Rekrutierung, diese Grundausbildung sozusagen, oder es war eher eine Grundausbildung als eine Rekrutierung, zu machen. Aber ich hatte das nicht geschafft. Das war einfach für mich nicht möglich, körperlich und auch einfach mental. Ich konnte da einfach nicht durch diese schwierigen Kurse durchkommen. Und dann, das heißt, ich bin dann wieder zurück in der Kadet-Org gegangen, und dann mit 16 habe ich diesen EPF gemacht, und war dann fertig. Ich hatte dann auch in der Sea-Org gearbeitet für vier Jahre, also von 16 bis 20. Und dann in 2012 kam ich auch zurück, wieder in die Schweiz, und war dann nicht mehr in die Sea-Org. Nun hoffe ich doch sehr, dass euch dieses Video gefallen hat, dass das interessant war, dass ihr etwas Neues gelernt habt, und dass ihr dem Video bitte einen Daumen hoch gebt, wenn es gefallen hat, und dass ihr eventuell auch einen Abo da lässt. Dann wünsche ich euch noch einen ganz guten Tag, und bis zum nächsten Mal.